Musik Noch ein Spawner, was? Was machst du hier? Ja, YouTube ist eine richtige Mobbing-Plattform. Moin Leute, was geht's? Bläff am Start und willkommen hier zum neuen Video. Heute zum neuen Projekt, das ich machen werde und zwar Minecraft 1.14, wo ich einfach ganz geschickt ein bisschen Minecraft 1.14 spielen werde. Vielleicht kommt der eine oder andere Stream mal und ich würde sagen, let's go, wir holen uns direkt ein bisschen Holz. Was machst du hier? Ähm, darf ich mit dir aufnehmen? Holen wir uns direkt ein bisschen Holz ran. Eigentlich mal jemand, der mit mir aufnimmt. Hast du so keine Freunde? Nein. Nicht? Okay, bist du ganz allein? Mhm, hier wohne ich ganz alleine. Du wohnst hier, du wohnst hier im Wald. Ja, aber ich habe noch kein Haus, ich übernachte immer hier. Hier, guck mal. Woher hast du das denn? Kraft, es wächst mit dir hier. Nein. Haha. Ja, Kraft, wir haben uns erstmal eine Spitzacke. Ja, ich habe schon. Ich baue mich hier runter. Ich habe schon mal ein bisschen Stein. Ich habe gerade 10. Schreibt uns an der Stelle auch gerne eure Videoideen in die Kommentare. Ich frage mich. Like mir, wenn er Facecam machen soll. Jetzt sei leise, die machen das. Hey, du weißt, das will ja auch. Handcam. Like, wenn er Handcam machen soll. Ja, okay, Handcam wäre, Handcam wäre okay. Aber erstens, man heißt es nicht Handcam, sondern Handcam. Sorry. Oh mein Gott, sind hier viele Skelette. Oh mein Gott, ich bin weg. Ich bin weg. Hier ist Kohle, haufenweise Kohle. So. Ja. So, habe ich auch schön ein Schild über mein Haus. Ein Schild über dein Haus? Ja. Also Stil, du bist wirklich cringe. Äh. Ich glaube, ich bin nicht cringe? Ja. Keine Ahnung. Wie ist dein? Ich bin cringe. Ich bin cringe. Du weißt nicht mehr, was cringe heißt. Ähm, irgendwas sehe ich nicht, ob du lustig bist? Sicherlich nicht. Aber ich fand, es wäre eine Kommentare so lustig. Er will unbedingt, das mit Facecam machen, so ganz sicherlich gemacht, wie ich mir so, ja, und dann geht das so nicht. Ich weiß, dass du auch dafür bist, dass ich Facecam machen soll, aber ich sage es persönlich, ich werde es nie im Leben machen. Nee. Nein. Wenn ich mich verlegen, wo Bewerbung mit dem Arbeitgeber findet, den Kanal, das war es mit mir. Ja, trotzdem, ich will nicht, dass jeder direkt mein Face kennt. Schade, ich bin ein wichtiger Fan von mir. Ja, genau. Das sah vor ein paar Stunden noch komplett anders aus. Mega. Oha, ich habe jetzt schon das dritte Monster gekillt. Nein, jetzt schießt ein Skelett auf mich, das ist unfair. Bist du jetzt tot? Ich bin nicht tot, aber ich... Ich verpflanze bei mir jetzt ganz viele Bäume. Ui. Ah, hier hast du dich schon runtergebaut. Nein. Oh mein Gott, Skelett. Ich... Ich... Zum Glück haben wir hier nicht den Mod am Start, wo man sieht, wie er Schaden bekommt und von was. Das wäre ziemlich... Das wäre ziemlich... Oh mein Gott, ich bin in so einer übelst großen Schlucht. In der übelst großen Schlucht. Okay. Übelst? Ja, ich würde hier rüber fast britschen, aber ich traue mich nicht. Ähm... Oh mein Gott, ich habe... Ich habe... Ich habe mich fast zu tun, dort. Nee. Ich glaube, die Zuschauer würde mich auslachen, wenn sie mich fast britschen sehen würden. Nein, ich bin tot. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt schon aus. Cool, ich kann auch immer so gut fast britschen. Ach nee, ich konnte nie gut fast britschen. Fast britschen... Ich dachte immer auch, wenn ich bei Dingen bei Gomme verliere. Ja, okay, du bist... Okay, Achtung, wollt ihr jetzt mal in einem Fleck sehen? Fleck? Ach, easy. Oha, Stili, du hast ein halbes Herz verloren. Was ist denn los? Hey! Ja, was sind das für Blume? Kornblume. Kornblume. So. Nicht in meine Wohnung, nein. Ja, ich glaube, ich will da auch lieber nicht rein. Hey! Wirst du, der Zuschauer, überhaupt schon, dass du ein Mädchen bist, Sili? Hey, ich bin kein Mädchen, Mann. Coolie. Ja, ich sag jetzt mal, was richtig Wichtiges. So. Was denn? Was ist denn wichtig, 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 wichtig? Das hier ist wichtig. Es ist das Wichtigste, äh, Combat Tool in der 1.14, so dass du kennst, ja. Ihr wirst wissen, dass Stili ziemlich nur in der 1.14 ist. Stili kann nicht gut Minecraft spielen, ne? Ne. Die baut lieber Häuser. Stili? Ja? Ach, egal. Was schreibst du da? Fast Scam. Was willst du jetzt hiermit? Fast Scam. Ja. Denkst du, ich mach's, weil du das hier jetzt reinschreibst? Ja. Okay, Achtung, seid ihr bereit für den Sprung, äh, meines Lebens? Ja. Ich hab' immer noch den Eingang. Du kannst sie nicht sehen, ich hab' immer noch den Eingang. Weißt du das? War die, muss schnell die Tür fertigen, fertigen. Ah, Gettinger, nicht dein Ernst. Das sind jetzt deine ersten Steintools erst, oder was? Ich hab' nen Spawner gefunden. Ich hab' nen Spawner gefunden. Oh mein Gott. Havi of Craft Dave. Oh mein Gott. Der blinke viel. Ja, er ist, was da von einer Kiste steht. Ist schon so. Oh mein Gott, ein enchantetes Buch. Oh mein Gott. Wie willst du es enchanten ohne Armbuss? Äh, ich hab' genug Eisen, würde ich jetzt mal sagen. So. Ich bin verloren. Noch'n Spawner, was? Und nach. Och man, ich hab' ich meinen Scheinherr, weil ich den Bergpack nicht mache. Ich mach' jetzt hier eigentlich ein Minecraft Wunderboden, oder was wird das hier? Wir sollten ja eigentlich zusammen spielen. Ja. Ach nee. Das Wort zusammen kenne ich überhaupt nicht. Oh Mann, mehr. Was? Hilfe! Ich bin tot. Ich bin tot an der Stelle. Ja, du könntest mir mal helfen. Wieso soll ich dir helfen? Weil... Ich war... Ich muss ja grad selber fahren. Ich brauch' nur Holz. Was? Jetzt kommen sie von hinten auf. Komm doch einfach zu mir. Ich bin tot. Nice. Ich soben. Du hast nichts mehr, oder? Du hast nichts mehr, oder? Dein. Heiß wohl. Ich bin... Oh... Ja, geht's los. Ja, das war... Das war jetzt wirklich so nulli cool. Ich bin nicht so untäckisch. Wieso nur cooli? Ich bin ein ehrlicher Spieler. Ich hab' mir das alles ehrlich erspielt. So. Werde ich dann schon im Video sehen. Also erstens mal, ich würde... Wenn... Wenn ich cheaten würde, ich würde das nie in ein Video reinschauen. Ich würde mal schneiden. Das müssen drin lassen. Nicht so, dass ich es reinschneiden würde. Aber ich würde mal... Wie guter Kuli schneiden... Äh, schneidet. Bewertet das mal. In den Kommentaren. Ich stand doch alle absichtlich, dass ich schlecht bin. YouTube ist so eine richtige Mobbing-Plattform. Was anderes machen die Leute dann nicht. Twitch. Oha. Das war jetzt ein safe. Haha. Wie sie alle runterspringen. Ähm. Ja. Es sind halt so viele Spawner hier. Ich glaube, ich mach das anders. So. Hui. 2.000 Jahre später. Von außen in den Spawner. Dann könnte die Monster nichts mehr machen. Ich bin auch ohne X-Way. Ganz... Ich glaube ich dir sogar. Ich bin auch cooli. Weißt du, das ist... Das sind so viele Monster. Schön für die Monster. Mögen Kuli nicht. Ein Hühnchen! Oh, wie süß! Ja, ein Hühnchen auf... Ich sterbe gleich wieder. Ein Hühnchen auf was? Ja. Ja, ein Hühnchen auf dem Zorn. Oh, wie süß! Äh, stirbt der... Gib mir zu mir sogar an dem Block. Ja. Anscheinend. Äh... So, ich brate mal Eisen bei den Ofen. Kommt doch! Immer wieder hier. Brauchst du noch Eisen? Ja. Ich brate mal Eisen bei den Ofen. Ich brate mal Eisen bei den Ofen. Äh... Nee, aktuell nix. Ja, dann kommst du den Ofen. Oh Gott. Nein. Ich brate. Ich brate. Ich brate. Ich brate. Ich brate am Schwitzen hier. Ich sag dir, das wird die Aufnahme 2000... Egal. Ähm... Ich mach mir jetzt mal zum 5000 mal... Ne, ich brate kein Eisen mehr. Ja, aber ich sag, schau mal, das ist, das ist gut. Das ist... Ich weiß nicht, ob jetzt die Zuschauer denken, dass ich hier irgendwie ein Cheat ganz hart. Ja. Aber... Es ist schon heftig. So... Zuschau. Kuli tietet nie. Ja, ich hab hier einen Spawner. Ich kann mich nicht beschweren. Und da vorne ist gleich noch mal ein Spawner. Nein. Doch. Nein. Oha. Das arme Hühnchen. Aber egal. Ja, wie viele Monster sind denn das jetzt schon? Was gibt's denn? Axt, Schwert, Spitzhacke... Was gibt's denn noch? Das ist aber leckt schon. Bei mir nicht. Ja, bei mir halt schon. Das habe ich auch voll Eisen, aber halt die Rüstung, sondern... ja, also der Loot ist schon nicht schlecht. Ähm... Die Frage ist, ob ich einen von den Spawner abbau? Für die XP halt. Weißt du? Okay. Ich find's halt, keine Ahnung. Ich werd's ein bisschen traurig an deiner Stelle. Oder? Ja. Ich mein, ich hab jetzt schon voll gutes Equip und du hängst noch... Ich hab schon einen... Ja, ich hab schon die... Nein. Doch, ich mach das Screenshot, ich schick dir. Nein, nein, nein. Lass uns mal lieber. Bei uns wissen wir, wie wir halten. Äh... Nein. Ja, ich hab's nicht. Ja, ich hab's nicht. Ja, ich hab ne Hülle gefunden und das Eisen, alles mögliche, Kohle, alles. Bei mir gerade. Egal! Ähm... Nein. Aus. Gut. Guck mal, ich hab einen Goldapfel gegessen. Lecker. Angeber. War schon, dass du so einen leckeren Apfel mit so viel Schoko. Hast du auch so einen leckeren Apfel mit so viel Schoko? Ich finde das Wasser Update war schon geil, aber ich finde es halt dumm, dass halt im Wasser so viele... Monster spawn. Ja, 1.14 ist ja das Wasser Update gekommen. In Fatin Dungeon. Ich glaube, hier baue ich die Base hin. Okay. Hier oben auf dem Berg ist mein Revier, wollte ich noch sagen. Ah, ich muss mir noch... Auf dem Bär? Interessant. Interessant. Ja. Ich sag's dir, wage es nichts. Ich sag's dir, mache ich schon. Hier muss das ganze Holz weg. Ich schreib da und jemand auf Discord an. Als ob jemand im 21. Jahrhundert noch Discord benutzt. Hä? Du hast es etwa? Ja, okay. Lassen wir das. Ja, okay. Zombie, ficke. Äh! Baraß ich mich eigentlich um links meine cps, das ist noch komplett unnötig. Zombie ist tött. Oha! Ich hab' ein Zombie gekäldet. Keystrucks mache ich mal aus. Die Jugend, glaube ich, die sind keinen. Ich hoffe, ich bekomme keine Vergiftung. Oh mein Gott, ich habe keine Vergiftung bekommen. Das war Lack. So. Das war Kack. So. Ähm. Ich brauche essen. Hündchen. Weißt du, ich, du kannst auch nicht so gut singen, wenn ich das mal sagen darf. Du kannst auch nicht singen. Ich hab' nie gesagt, dass ich nicht singen kann, aber ich sing halt auch nicht. Guck, dann kannst du's ja auch nicht. Was willst du? Geht's ja nicht gut. Oh. Ach so, dem ist es schlecht gegangen. Da muss man den Fütter. Steve, was willst du hier? Geh weg. Ach so, bin ich bei dir. Moin. Ja. Es gibt tausend Berge, sorry. Hä? Lass' mein Hündchen. Mamam. 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 Das ist Beuterei! Weg mit dir hier! So, Hallo Hund! jetzt auf der kraft sich an die auf die weg du und die bilder bilder der hund ja wenn du mich hat angreifst der ihnen dann greift er sich an aber er sitzt also kann ich nicht hier theoretisch angreifen jetzt auf hallo kleiner und mag es sich jetzt gewöck ich möchte ja nicht machen ich bin nur süß wie mein hund hätte ich ja ein eichen setzling ich weiß sich stil was was willst du lieber haben eine katze oder einen hund und warum den hund ein hunde sie sind ja katzen sind wir glaube ich noch eine nummer schön bäume platzieren jetzt auf die bäume müssen hier weg jetzt die weglaufen setzlinge ja ja da habe ich eigentlich nicht aber ja dann nicht wo ist er hier mein ofen egal 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 warte mal ah kein küken eisenbrät von mir die 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 hey weg hey ja ja es blieb noch hoch werde ich doch nicht und leute das war es mit dieser folge mit dem 300 die kuh monster cili und ich würde sagen haut rein bis zum nächsten mal schauen wir müssen jetzt mal ein wörtchen hier reden